Jetzt wird es Zeit für die Deutschen, Ulbricht für drei, das kann er? Das kann er! Schön gespielt, jetzt ist Platz, Ulbricht wieder für drei? Ulbricht wieder für drei! Ja, wie fängt der denn an hier? Benzig, Robin Benzig. Schön abgelegt auf Pleiß. Hamann gegen Uckic. Das Block kommt wieder von Pleiß. Hamann mit Dampf zum Korb. Hamann, klasse! Hamann auf Pleiß. Er hat einen guten Touch, Tibor Pleiß. Oh, da hat er sie alle genutzt, aber sie treffen überhaupt nicht hier. Von draußen nicht wirklich gefährlich. Harry ist auch einer, der von seiner Athletik lebt. Beim deutschen Rekordmeister im Fußball. Der Basketballausflug. Oh, Schafat, ich will das Ding, das ist ja nicht zu glauben. Verloren, Bogdanovic. Boah, was für ein Block von Ulbricht. Gut gemacht von Ulbricht. Gut gemacht von Ulbricht. Manchmal nicht der sicherste. Boah, was für ein Block von Ulbricht. Weltklasse. Zum Genießen. Not in my house, sagen die Amerikaner. Ich bin hier daheim, du bleibst draußen. Ulbricht schön freigespielt und slam dunk, Tim Ulbricht. Also wird viel mit Blocks gearbeitet bei den deutschen Benzing. Muss er machen, macht er auch. Ja, A-Jugend gegen Herrenmannschaft. So ein bisschen war das so. Idbihi. Ulbricht, schöner Pass auf Wisoki. Wunderbar gespielt. Schön das System durchgelaufen. Wisoki geht da über zwei Blöcke. Wird sicherlich auch angesprochen worden sein. Idbihi. Ja. Gut aufgepasst. Und jetzt hat Hamann den Ball. Geht's schnell? Hamann. Es geht schnell. Macht er klasse, Steffen Hamann. Benzing. Schön fliegen lassen den Popovic. Es wird wieder viel mit Blocks gearbeitet. Idbihi von draußen. Ja. Steiger. Ja. Mit Muzzle. Einzelaktion von Hamann. Wisoki für drei. Ja, komm. Ja. Geht doch. Hamann für drei. Bye. Unsere hey. Untertitelung des ZDF, 2020